Ja, hallo alle. Ich weiß, dass neulich ich nicht Videos in Deutschland getan habe, aber ich wollte nach meinen deutschen Zuschauern vielen Dank sagen, wenn sie immer bei mir bleiben. Und ich wollte auch sagen, dass ich es planiere, an der nächsten Woche vielleicht ein paar Videos oder Streams in dem Deutschen zu produzieren. Ich weiß, dass ich ein oder zwei Prozent ein paar Zuschauern in Deutschland, Österreich und Schweiz habe. Und ich wollte immer mein Deutsch, meine Deutschsprache üben. So, es ist mir wichtig, wahr gesagt. Ja, so. Okay, Leute, ich hoffe, dass es alles bei Ihnen gut geht, dass Ihr Training gut geht und ihr alle Geduld und Disziplin angezogen haben. Und vielen Dank, vielen Dank einmal mehr, dass Sie alle hier bei mir sind. So, tschüss, ciao und moin moin.